Ja, das Problem ist nur halt, weißt du, die sind nicht dopen, aber es gibt halt keiner, der es weiß. Die sind alle tot und es wurde nicht weitergegeben. Weißt du, das Lustige ist, die Leute wurden, also die Leute, die es ja wussten, wurden während der Nachfolgekriege ja quasi wirklich gejagt, dass die halt auf deiner Seite stehen. Weißt du, und deswegen sind viele von denen, beziehungsweise halt die meisten sind halt einfach umgekommen. New Avalon, Institut, alles gegründet, Hightech-Forschung. Ja gut, aber die haben die Max erbeutelt. Und, Moment, jetzt kommt noch Punkt Nummer 3. Ihr müsst immer noch bedenken, dass Comstar dahinter steht. Also, sobald irgendwer irgendwas entwickelt hat, was halt die Integrität von Comstar beziehungsweise Comstars Mission war ja eigentlich Technologie zu schützen. Beziehungsweise halt die Menschen vor der Technologie zu schützen. Ja, und sobald halt irgendwas ans Licht gekommen ist, sobald irgendein Star-League-Cash gefunden wurde, was halt irgendwas Bedeutsames hatte, ja, oder sonst auch, was weiß ich, irgendeine Technologie entwickelt wurde, hat sich meistens Comstar das unter den Nagel gerissen. Da hieß es dann, was weiß ich, das Schiff ist verunglückt, oder die haben ihre Jäger in anderen Farben angemalt, um halt zu denken, also den Feinden, oder wer auch immer halt das, ne, gerade das Ziel war, die denken zu machen, dass es halt irgendwie anders war. Aber was ist mit Comstar jetzt eigentlich passiert? Gibt's Comstar noch, oder gibt's die nicht mehr? Comstar gibt's immer noch. Comstar ist halt, hat sich tatsächlich während der Clan-Invasion, weil die Clans ja die Nachfolger von Kerensky waren. Comstar ist ursprünglich das Communications Department der Star-League, also daher kommt Comstar. Der ursprüngliche Gründer davon, ein guter Jerome Blake, hat damals mit dem Kerensky, also das war der Anführer der SEDF, der Star-League-Defense-Force, die nachher zu den Clans wurden, ist jetzt nicht Sinn, das alles zu erklären, warum. Der hat damit mit dem ein Abkommen geschlossen. Er hat quasi auf Terran eine neutrale Zone gegründet und er hat quasi sämtliche Technologien und so weiter reingenommen. Also er hat halt ein Abkommen mit Kerensky geschlossen, dass die Technologie halt eben da unter Verschluss bleibt, damit eben die Menschen sich nicht selber umbringen. Beziehungsweise halt sich selber ausrotten, muss man eigentlich dazu sagen. Nachdem die Clans eingefallen waren, beziehungsweise die Clans wurden tatsächlich unterstützt von Comstar, also Comstar hat denen Informationen zugespielt und ähnliches. Wie gesagt, weil sie quasi die Nachfahren von Kerensky waren. Und dementsprechend ist, nachdem es natürlich rausgekommen ist, ist halt das Vertrauen in Comstar erstmal komplett gesunken. Ich meine, Vertrauen ist auch, muss man natürlich sagen, aber halt die Beziehungen von den meisten zu Comstar, weil da natürlich einiges da schiefgelaufen ist. Dementsprechend Comstar selbst hat sich gespalten, weil viele selber, also von Comstar selber, viele Mitglieder sich quasi verraten gefühlt haben, weil nach der Clan-Invasion Comstar tatsächlich die Technologie auch zugänglich gemacht hat zu den meisten, die die in ihren 30 Millionen Tresoren hatten. Die haben die Technologie halt den Menschen zurückgegeben. Von wegen, ne, Kerensky ist zurückgekehrt und so weiter und so fort. Aber erst nach der Clan-Invasion, das ist alles erst nachher rausgekommen und aufgebröselt worden. Das hat alles ganz lange gedauert. Das war ein absolut krasser Move von dem Jenner gerade. Ne, Incubus war es. Ja, wollte mir irgendwie bepressen. Ja, habe ich gemerkt. So, roughneck. Ich kann nicht runterschießen. Ähm, ja, jetzt muss ich kurz weitererzählen. Comstar hat sich in die, ich sag mal, das normale Comstar gespalten, also die, die halt ganz normal weitermachen wollten und dann in sogenanntes Word of Blake. Word of Blake sind halt die Leute, die gesagt haben, Blake hat nicht, nicht damals nicht gewollt. Äh, der war schon lange tot. Äh, Blake hat damals nicht gewollt, wo er uns quasi gegründet hat. Hat nicht gewollt, dass wir die Technologie an die Leute weitergeben. Das war falsch. Und somit sind die quasi aus Comstar, ähm, ausgetreten und haben ihre eigene Organisation gegründet. Word of Blake, Comstar Word of Blake. Also, eigentlich, sie heißen eigentlich Word of Blake, aber sie werden halt als Comstar Word of Blake meistens, äh, phrasiert. Oh, Macs. Ganz viele Macs. Ja. Ich bin geleckt. Ich find's lustig, dass die nicht wissen, dass ich da bin. Ich muss mich eben kurz konzentrieren, ich erzähl gleich weiter. Äh, gut auch, gerade weg hier. Den wir wie auch noch eigentlich. Schütze kommt hoch, oder wer? Kommt der hoch? Kommt der nicht hoch? Also, wir könnten die sogar kriegen. Wir dürfen jetzt halt nur nicht. Wir dürfen jetzt echt von so einem kleinen Öl auseinandernehmen. Oh, ich kann schon ganz schlecht weg jetzt. Ich bin so langsam. Ist der Timmy doof? Äh, tot? Timmy ist tot. Ah, ich bin tot. Okay. Da ist der Album, Also, für ordentlich Damage dürfte es eigentlich bei mir heute gereicht haben. Ich habe auch, 913. Ja, ich könnte auch ordentlich was haben. Ich habe nicht mehr viel Munition übrig. Der Timmy hat von mir mich eben ganz schnell auf die Fresse von mir gekriegt. Ja, es ist vom Irby gekillt zu werden. Nur weil er nie Mac ist? Der Irby ist nicht schlecht. Wollen wir ihn nicht im Mac oder auch nicht. Oh, der schießt gleich noch den nächsten ab hier. Nee. Der Schütze ist weg. Nee, jetzt hat er verloren. Tiger gönnt sich alle Kills hier, der Sack. Ich bin ziemlich fresh. Aber auch nur, weil ich die erste Hälfte des Matches damit zugebracht habe, Geschichten zu erzählen. Ich habe 81, äh, 1000 Damage. Hey. 399 Damage, zwei Kills. Im Rating. Einfach hinten stehen bleiben, was über Kopfstar erzählen und dann nach vorne und alle Kills holen. Oder 1000 Damage. Ja, gut. Oh, gut.